Hallo Leute und herzlichst Willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Let's Play Thief. Der vierte Teil der Thief Reihe für den PC, wie man an meiner Maus sehen kann. Ähm, ja, ein Spiel, was ich schon mal gespielt habe. Ähm, ja, zuletzt hier kann man es auch wundervoll sehen, wenn ich es zuletzt gespielt habe. Und wie lange ich schon gespielt habe. Äh, ja. Äh, was gibt es zu diesem Spiel groß zu sagen? Ich habe es mir vor Ewigkeiten gekauft gehabt. Ähm, eigentlich wollte ich an dieser Stelle jetzt gerade was einblenden. Ich wusste nicht, dass es auch hier gleich direkt angezeigt wird, wann es zuletzt gespeichert, also halt gespielt quasi. Oh ja gut, dann kann ich den Screenshot wegwerfen. So, aber, weil ich schon sehe, dass das hier echt ein wenig überfordernd ist, müssen wir da erstmal gucken. Okay, Sichtfeld geht noch höher. Moment, dann nehmen wir da 100. Ne, nehmen wir 100. Ist besser. So, Voreinstellungen. Normal, normal. Standard, Schattenqualität. Auch mal eher mittel. Screen Reflection ist ein... Warum denn hoch? Ich stelle doch mal erstmal auf mittel, Junge. Das machen wir mal aus. Äh, F-X-A-A machen wir mal aus. Contact Harding Shadow. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade an- und ausgestellt habe. Fuck yeah. Ich hoffe mal, so geht es einigermaßen im Spiel dann. Also jetzt, wenn es... Äh, wenn ich dann im Spiel bin, wenn er hier ist, läuft es eigentlich erstaunlicherweise sogar noch am flüssigsten. Leider. Ähm, ja. Okay, hier ist eine Menge an. Also lassen wir es auch erstmal an. Äh, was gibt es noch? Anzeige. Anzeige ist draußen. 720p. Naja, gut. Sollte für die Aufnahme reichen. Hörendere ich sowieso erstmal nicht. Warum ist mein Mikro bitte so leise eigentlich? Oder liegt es an der Skalierung? Muss wahrscheinlich an der Skalierung liegen. Irgendwie ist der Ausschlag so gering. Habe ich das Gefühl. Am Mikrofon ist auf jeden Fall das richtige drin. Ich hoffe, der nimmt mich jetzt nicht zu leise auf. Ansonsten muss ich es gleich nochmal umstellen dann. Also im Nachhinein dann. We sink. Bäm, 40. Ja, ich sag mal nix dazu, ne? Ähm. Ja, wie sink. Hm? Okay. Lassen wir das mal. Also Steuerung draufgekackt. Das nehmen wir irgendwann im Spiel mit. So, bevor wir noch mehr Zeit verlieren. Neues Spiel. Durch den Start eines neuen Spiels. Autospeicher-Slot überschrieben. Jeglicher nicht manuell gespeicherte Fortschritt geht verloren. Ich tue es trotzdem... Ja. Who gives a fuck about my... Oh, den schon. Eigen? Hast du Herausforderungen? Okay. Ich würde sagen mittleren Schwierigkeitsgrad und los geht's, ne? Was ist denn eigentlich einfach? Gegner sind schwach und weniger aufmerksam. Außerdem gibt es reichlich preiswerte Ressourcen. Okay. Achso, zum Finden. Also Pick-Up-Wits. Pick-Ups, so. Die sind fähig und aufmerksam. Ressourcen sind erschwinglich und ausreichend vorhanden. Oh, das klingt doch gut. Gegner sind tödlich und Zivilisten dürfen nicht K.O. geschlagen oder getötet werden. Ach, das ist ja kacke. Ne, das nehmen wir nicht. Das nehmen wir auf jeden Fall nicht. Nicht wegen der... Zivilisten dürfen nicht K.O. Ne, die nerven teilweise sau doll. Also, ne, das nehmen wir nicht. Ja, ich hab's bis Kapitel 5, wie man gerade gesehen hat, schon mal gespielt. Danach wär's komplett blind. Ich weiß auch noch ungefähr, was meine letzte Mission war. Glaube ich, zu wissen, zu meinen, zu denken. Ähm. Ja, zu der Story von den ersten drei Teilen kann ich nichts sagen, weil ich keinen davon gespielt habe. Ähm. Aber ich hoffe, ich krieg das hier einigermaßen gut hin. Schön. Eine Sache hat mich diese Stadt gelehrt. Alles hat seinen Preis. Geheimnisse. Ein Ruf. Ein Leben. Und Vertrauen? Wenn du um etwas bitten musst, kannst du es dir nicht leisten. Andererseits spielt das für jemanden wie mich wohl keine Rolle. Sagen wir mal so. Wann habe ich je für etwas bezahlt? Offenbar gar nicht. So. In der Fall. So, ich weiß, dass wir mit C crouchen können. So, der Kerl wacht sowieso nicht auf. Mit ihm nehmen wir also Sachen auf. Können wir uns auch in Ruhe umgucken. Also, er wacht, wie gesagt, er wacht nicht auf. Das ist einfach nur so tutorialmäßig. Wir sind hier Thief, äh, als Garret unterwegs, als Dieb. Ich würde sagen, als Thief und nicht, äh, ja, Thief, ne? So, kriegen wir immer schön Knete für die ganzen Sachen. Hier können wir auch Schränke und sowas können wir auch öffnen. Da finden wir dann auch teilweise teurere Sachen. Schubladen auch. Sehr schön. Ist auch in der Ego-Perspektive komplett. Also, alles, was wir hier machen, wir sehen auch unsere Füße. Was ich saugeil finde, wenn man das in einem Spiel, wo eine Ego-Perspektive vorhanden ist, sieht. Ähm, ja, die Grafik, ich werde mal noch ein bisschen rumschrauben, dass die Grafik noch besser wird. Äh, ich habe ja mittlerweile halt einen, ja, deutlich besseren PC. Ist ja seit, seitdem ich jetzt wieder mit Let's Plays richtig aktiv angefangen habe, ist es ja so, dass mein PC von Leistung her deutlich, deutlich über dem liegt, was ich vorher mal hatte. So. Hier können wir auch einfach rüberlaufen. Hat nichts mit Balance zu tun. Bei manchen Sachen müssen wir eh gedrückt halten, zum Beispiel. Und dann, also kurz gedrückt halten und dann anheben, damit wir hier schön, zack, sneaky, sneaky und so. So. Äh, ich werde, so gut wie ich kann, alles versuchen zu machen. Also, ich werde, das habe ich bei meinem ersten Spielstand auch, deswegen diese über 10 Stunden. Äh, was ich jetzt mache, ich drücke Steuerung gedrückt. Äh, ich drücke Steuerung gedrückt. Ich halte Steuerung gedrückt. Ich habe es irgendwie heute nicht mit dem Sprechen, habe ich das Gefühl. Ähm. Und ja, wir können auch normal laufen. Da mag wohl jemand Vögel. Ich halte mich lieber an das Gemälde. Das sollte ich mir ansehen. Also, ich kann ja auch normal rumschleichen, wir dürfen nur nicht rennen oder plötzliche Bewegungen machen. Ähm. So, hier am Rand gibt es irgendwo einen Knopf, den wir jetzt gerade... Da war er. Da ist er. Und, äh, das zeigt immer an, wie viele Knöpfe es gibt. Wir schleichen nicht mehr. Das hört man sofort. Das sind nämlich nicht meine. So, hier müssen wir mit der Maus so rum, im Kreis rumbewegen, bis halt diese Punkte da sind. Die sind teilweise sehr sensibel. Also, sehr, sehr klein vorhanden. Die jetzt hier sind im Tutorial relativ groß. Ich hatte auch schon welche, die sehr, sehr klein waren und, äh, schwer zu finden. Und damit haben wir auch schon unseren ersten, äh, Sammelgegenstand. Da werde ich aber definitiv nicht alle kriegen können. Weil die teilweise so gut versteckt sind. Tja, im Volksmund heißen die Dächer Straße der Diebe. Hoffentlich ist das nicht der, von dem ich denke, dass er es ist. Ähm, doch, Garret, leider ist das. So, wir haben hier Pfeile und zwar einen Seilpfeil. Und, äh, wir haben diverse Pfeiltypen. Jetzt gerade noch nichts zur Auswahl. So. Denn Garret ist ein ausgezeichneter Bogenschütz. Ähm. Können setten gedrückt halten. Ähm. Linke Maustaste gedrückt halten, um anzuvisieren. Dann ist er voll angezählt und bam. So. Alle hopp. Ähm. Achso. Okay, ich war noch nicht an der Kante dran. Ja. Randa. Und. Alle hopp. Und da werden wir jetzt eine gute Freundin kennen. Natürlich. Geht's beim nächsten Mal noch etwas lauter? Wie hättest du sonst gewusst, dass ich es bin? Besso hat dir gesagt, dass wir zusammenarbeiten, oder? Tja, ich bin gekommen, also was denkst du? Ich denke, du hast dich nicht verändert. Komm schon. Das wird wie früher. Ja, wir müssen jetzt, ähm, Shift gedrückt halten, damit wir sprinten. Hier, wie üblich, bei Hindernissen einfach Leertaste und rüber da. Es kommen auch keine Gegner, es ist einfach nur so ein kleines Parcours-mäßiges Laufen hier, was ich auch sehr geil fand. Also an dahin schon beim Einstieg vom Spiel fand ich saugeil. Und zack. Schön, dass du's geschafft hast. Hast du die Route genommen, weil sie schnell war, oder weil sie Spaß gemacht hat? Geht nicht auf beides? Komm schon, erledigen wir Bessos Auftrag. Genau, Lichtkristall. Äh, dieser zeigt an, ob du zu sehen oder im Schatten verborgen bist. Ja, das ist nämlich ganz wichtig. Äh, da beginnt jetzt nämlich das Spiel. Links unten müssen wir so gut wie immer dafür sorgen, dass da möglich viel Schwanz ist. Hast du nicht vor, um den Schatten zu bleiben, Lady Lampenschein? Ich hab mich nur umgesehen. Ich weiß, du gehst gar nicht voraus. So. Kann man auch noch vorlehnen, so. Um mehr zu sehen. Wir können auch Leertaste drücken, um vorwärts zu schleichen, so. Einen kleinen Schleicher, sozusagen. Du solltest dir auch so'n Ding besorgen. Wir sehen uns dann drüben. Da komm ich dann wohl nicht weiter. So, ist hier eigentlich noch was? Ne. Nix. Genau wie die Wachen. Ich will nicht wieder mit nem betrunkenen Wachmann diskutieren. Die macht mir da ein bisschen Sorgen gerade. Warte mal, kann man eigentlich wenn man E und dann nochmal E? Okay, ne, dann bricht man nicht ab. Und wenn ich D drücke, auch nicht. Okay, ich muss also nach hinten gehen, um abzubrechen. So, hier müssen wir immer schnell durchhuschen. Da können wir den Pokal mitnehmen. Oder den Becher in dem Fall. Ja, ähm, das ist jetzt Tutorial. Und das Tutorial ist sehr, sehr doll auf Stealth am Anfang ausgelegt. Also, man darf sich wirklich nicht sehen lassen. Also, sollte man zumindest nicht. Darauf ist es jedenfalls stark am Anfang ausgelegt. Aber ich kann euch sagen, es kann später noch anders sein. Und das wird auch im Tutorial noch gezeigt. Das wird die Wachen sicher beeindrucken. Die haben uns garantiert gehört. Die müssen mich erstmal kriegen. Halt einfach die Augen offen. Wir sind nicht hier, um uns umzusehen, Garrett. Alles, was zählt, ist die Beute. Du klaust aber schon noch, oder? Ich hab schon gestohlen, als du noch in den Windeln lagst. So, zack. Das können wir nämlich auch im Kampf dann benutzen. Nur mal so nebenbei. Das ist unser Schlegel. Sieh mal, was ich gefunden hab. Wir beide abends in der Stadt. Warum haben wir damit aufgehört? Weißt du das wirklich nicht? So, hier erstmal wieder, zack. Ach, nix. Ach ja, eine Schere. Sehr schön. Die Preise sind hier relativ gering, wie man sieht. Diese, äh, drei Gold, fünf Gold, bla bla bla. Ähm. Aber glaubt mir, Leute. Jedes Goldstück zählt. Und selbst mit den Kerzen können wir interagieren. Denn die machen Licht aus. So, dann können wir hier das Schloss knacken. An Orten, an denen ich nicht willkommen bin, versuche ich nicht aufzufallen. Und davon gibt es eine Menge. Jo. Zack. Die Stifte setzen wir mit E. Nur mal so nebenbei. Ich weiß, das seht ihr alles immer, aber... Ich will mal nur auf Nummer sicher gehen. So, hier ist auch keiner weiter. Es gibt auch so ein Aufleuchtgedingsel, wenn man, ähm, wieder, ich sag mal, sichtbar ist. Also im, im Dunklen ist man wirklich sehr, sehr stark unsichtbar für Feinde. Wenn wir auf normalen Schwierigkeitsgrad spielen, etwas geringer. Aber wir haben hier ein... Es wäre in dieser Gegend ein Geheimnis zu wahren. Tagebucheintrag. So, hier sieht man schon die drei verschiedenen, ähm... Ja, Spielstile, die es gibt. Einmal das Phantom. Die, die halt wirklich komplett stealth durch die Mission durchgehen. Die Opportunisten, die eine Mischung aus Phantom und Jäger sind. Und ein Jäger, der die Leute tötet, um durchzukommen. So, hier haben wir unser Sammelstück. Und da unikat ist, das zu finden. Es ist das funkende Federkleid. Ein vergessenes Andenken an Lady Christinas feierwürdigen Jugend vor dem Unfall. Welcher Unfall auch immer. Seitdem sie, wie besessen, für verletzte Vögel sorgt. Es gibt sehr, sehr viele Sachen hier, wie man schon sieht. 202. Ich werde wahrscheinlich eh wieder nicht alle finden. Auch leider im Normalen nicht. So, Ressourcen, Seilfall. Ja, ob er macht da ein Seil und bla bla bla, kann man zum Klettern benutzen. So, Dokumente. Ich versuche auch meistens alles vorzulesen, was ich so erfinde. Ich lese mir die auf jeden Fall. Habe ich mir die auch im normalen Spiel durchgelesen. Madame Flowers. Beziehung zu Wachmann wird fortgesetzt. Ehemann immer noch absent. Anonymen Brief abschicken. Mister? Wohnung auf der anderen Straßenseite angemietet. Im unteren Stockwerk muss sich ein verborgener Wandressort befinden, links von der Treppe. Links von der Treppe? Ständig gehen wertvolle Gegenstände durch seine Hände, aber ich sehe nie genau, wo er sie versteckt. Wusste doch, dass er nichts Gutes vorhat. Paxman. Nichts seit mehreren Tagen. Verstorben? Habe nie Verwandte gesehen. Geld für Erben? Ja. Tagebuch des Voyeurs. Ich versuche dann auch so gut wie alle vorzulesen. Ich überlege auch, ob ich dann irgendwann mal vorlese, Folgen mache, wenn ich erstmal ein paar Dokumente sammle. Weil ich finde es immer ganz interessant, das alles so durchzulesen, aber im Let's Play das alles vorzulesen, so auf jeden Fall immer gleich, wenn ich es kriege, dann habe ich nichts vom Part. Also, beziehungsweise dann haben andere nichts vom Part. Das ist eher suboptimal. So, da haben wir schon den nächsten Schatz. Ach, dachte ich. Schade. Weil in solchen Schatullen ist manchmal auch ein, ja, Schätze drin, ne? Also so eine Sammelstücke, die dann halt kein Gold bringen. So, weiter geht's. Wenn du schon wie ein Wachmann auf die Straße pinkelst, geh wenigstens aus dem Licht. Hier kann dich jeder sehen. Achso, unter uns. Das Bier muss irgendwo hin, Schatz. Ich hab's nur aufgewärmt. Da. Abgesehen davon, siehst nur du zu. Kaum zu glauben, was für ein guter Fang du mal warst. Hahaha, komm schon. Kosten wir mal diese Entenflügel. Tja. Noch ist ja auch hier alles relativ friedlich. Zack. So. Immer schon E drücken. So. Auf geht's. Rein geht's. Drei Tage wach. So. Wir sind jetzt auf dem Haus gegenüber. Äh, im Haus gegenüber. Das Licht hier kann man übrigens, das sind Lampen. Die kann man jetzt nicht direkt so ausmachen wie sonst. Ich mach dir mal wieder zu die Truhe. Da ist ja nichts drin gewesen. So, die Flaschen können wir noch nicht nehmen. Ach ja, Krähen. Stimmt, ja. Das ist übrigens dieses Warnsymbol. Das, äh, füllt sich umso weiter, umso mehr Aufmerksamkeit wir auf bestimmte Leute, Personen und auch Tiere richten. Es gibt sogar mehrere Tiere in dem Spiel, die, äh, eine Gefahr darstellen. Da müssen wir echt sauer aufpassen. Ja, denn das verschreckt die zum Beispiel. Ich wollte es jetzt mal kurz demonstrieren, um eine Leertaste zu drücken. Wie viel hast du gestohlen? Es geht nicht um wie viel, sondern um was. Und auch um das Wie. Dieses Urkraftsteinding, das Bessowel, ist anscheinend im Zeremonienraum von Northcrest Manor. Heimstatt des Barons. Das wird schwierig. Besorgt? Ja, solltest du auch sein. Keine Sorge. Ich spring für dich ein. Das Ding wird mit jeder Sekunde komplizierter. Hm. Was das wohl alles zu bedeuten hat? Da hinten kriegen wir schon leichte Spoiler-Sachen, da unten. Die Tipps sind leichte Spoiler, so ziemlich immer, leider. Ah, wir sind draußen. Ziemlich viele Wachen. Und die sind bestimmt nicht zum Sommerfest, Hans, hier. Viele Wachen heißt viele Waffen. Diebe und Schwerter, das ist schlecht. Ich hatte nie Probleme mit Schwertern. Ich bin aber auch nicht bloß ein Dieb. Grundregel der Diebe, nicht töten. Ja, nur mal so. Eigentlich. Die Gäste sollen nicht sehen, wie das Ding den Geist aufgibt. Außerdem sehen wir ohne Licht nichts. Die Teile gehen ständig an und aus. Kannst du es reparieren? Sehe ich aus wie ein Mechaniker? Keiner von uns kennt sich mit allen Experimenten seiner Lordschaft aus. Eine strahlende Zukunft, in der das Licht nicht funktioniert. Hohohoh... Gut. Ähm, aber... Ich denke, das war es erstmal für diesen Part. Kann man eigentlich so zwischendurch speichern? Nee, ne? Spiel speichern. Mann, das ist speichern derzeit nicht möglich. Ich glaube, da vorne gab es nochmal einen Savepoint, wo mich nicht alles täuscht, als wir geladen haben. Ansonsten, ich husch mal kurz hier rüber. Das erregt kurz Aufmerksamkeit. Ihr seht ja, da ist... Ach, das stimmt. Bei Personen ist es leicht anders. Da haben wir als erstes ein normales Auge, das sich füllt, dann wird er aufmerksam, hä, da war was? Und wenn sich das Auge noch ein zweites Mal füllt, dann hat er uns entdeckt. Gar nicht mal so gut. Aber ich glaube zwar trotzdem erstmal für diesen Part, weil hier oben müsste zwar irgendwo noch ein Speicherpunkt kommen, aber das würde noch eine Weile dauern. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da und sagt mal, wie ihr das Spiel bis jetzt findet. Ich werde noch eine Grafik rumschrauben, also keine Sorge, die wird im Laufe jetzt noch der nächsten Videos auf jeden Fall besser. Und ja, unterstützt mich, lasst Kritik, Kommentare, Bewertungen da und wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und ja, bis dahin, peace out, euer RaccoonStyPlay. Tschüss.